Sonntag, 13. September, 15.30 Uhr, Fritz-Walter-Stadion, 1. FC Kaiserslautern gegen Jan Regensburg, 3 zu 4, Deutsche Pokal. Afto Spahik, Kevin Kraus, Adam Hosek, Dominik Schatt, Helgmed Schiftri, Tim Ritter, Karlo Schicknäcker, Janik Bachmann, Lukas Rosler, Henrik Zuck, Elias Huth, Jetzt kommt Jan Regensburg, Alexander Mayer, Benedikt Kieber, Oliver Hain, Sebastian Nareschner, Jan Elfidi, Christopar Moritz, Alpryon, Finzi, Khan Kassiknäcker, Erik Wegsezer, Anarias Prys, Christuambos, Magadis, 1 Uhr 8 1 Uhr 8 1 Uhr 8 1 Uhr 8